Am 18. September beginnt die neue DSDS-Staffel. Dabei musste RTL vor einiger Zeit noch um Dieter Bohlen kämpfen. Ohne Bohlen, ohne Erfolg. Am 18. September startet die neue Staffel von Deutschland sucht den Superstar und natürlich ist der Pop-Titan Dieter Bohlen, 70, wieder in der Jury. Nach dem Flop vor zwei Jahren ohne ihn hat der Jury Dino eiskalt um sein Comeback gekämpft. Sogar für eine fiese Erpressung war sich der Meister der markigen Sprüche nicht zu schade. Die DSDS-Staffel ohne Dieter Bohlen war ein Riesenflop. Dieter Bohlen und DSDS sind wie Currywurst und Pommes untrennbar. Umso größer war der Schock, als seine Fans 2022 erfuhren, dass der Pop-Titan nach 20 Jahren plötzlich nicht mehr dabei sein sollte. Dieter erinnert sich, zu dem Zeitpunkt kam bei RTL ein neuer Chef und seine Idee war, die Sendung müsste familienfreundlicher werden. Das war der Grund, warum ich sozusagen beurlaubt wurde, also nicht rausgeschmissen und das bei vollem Lohnausgleich. Was folgte, war eine unschöne öffentliche Schlammschlacht zwischen Dieter und dem Sender. Auch ehemalige Kollegen packten gnadenlos über ihn aus. Doch die neue Jury mit Florian Silbereisen, 43, Ilse Delonge, 47, und Tobi Gart, 56. Ein Flop, wie er im Buche steht. Die Quoten, im Keller. Für seine Rückkehr ließ Dieter Bohlen RTL tief in die Tasche greifen, da wurde RTL klar, nur einer kann den Karren aus dem Dreck ziehen, Dieter Bohlen. Vor einem Flug nach Mallorca bekam ich dann einen Anruf von RTL mit der Bitte, ich solle wieder vorbeikommen. Mein Statement dazu war, dass man schon einiges bieten sollte, damit ich zurückkomme, erzählt er. Gepokert, erpresst, und gewonnen. Dieter Bohlen weiß eben, wie man das Spiel spielt, wie viel RTL ihm nun für sein glorreiches Comeback hingeblättert hat. Das bleibt sein Geheimnis. Der Pop-Titan verrät nur so viel. Man hat sich geeinigt, mit einem breiten Grinsen, versteht sich. Maar ein paar Mathias, ist es eine große Wege der Eigenschaft. Diese Gerbe leaving resources. Oder und seine Geheimnis. Wie viele dabei hat sich erscheinen, nhiều wird WiggenNY Đief.